So, wir haben hier die optische Achse. Wir zeichnen hier diesen sphärischen Spiegel, was ein Hohlspiegel sein soll. Und dann Pi mal Daumen ist hier der Mittelpunkt. Und vom externen Video ist bekannt, der Brennpunkt dieses Spiegels liegt bei R halbe. Also wenn hier dann R ist, ist F dann ungefähr hier. Okay, so, ja jetzt, wenn man ein Männchen hier, ein Dia meinetwegen, also Männchen auf Dia abbilden will, dann braucht man nur drei Strahlen einzeichnen. Dieses Männchen stellt man ja dann mit so einem Pfeil meistens nur da und sagt, ja okay, hier ist Groß G ein Gegenstand. Von dem gehen Lichtstrahlen aus. Und dann fängt man eben an mit dem ersten Strahl, den ich hier einzeichnen kann. Nämlich parallel zu meiner optischen Achse durch diesen Brennpunkt. Okay, das ist der erste relevante Strahl. Der zweite, der geht direkt durch den Brennpunkt und verläuft dann parallel zur optischen Achse zurück. Also Pi mal Daumen. So. Okay, dann sieht man schon hier, ist dieser Schnittpunkt. Ja, und jetzt von der Skizze kommt es ungefähr hin. Da bin ich ganz froh drüber, denn der letzte Strahl, der ist, ja fast, der ist der Strahl, der durch den Mittelpunkt M gehen muss. Man sieht, hier treffen sich diese drei Strahlen. Okay, und dann muss ich natürlich hier mal nachschauen. Und hier ist die Spitze, von der geht jetzt dieser blaue Strahl direkt weg. Also mein Bild steht hier auf dem Kopf. Ist ja auch keine Überraschung, denn wir hatten ja im externen Video die ganzen Beziehungen herleiten können. Dort wurde ja das Verhältnis Groß-B zu G als Minus-Klein-B zu G hergeleitet. Also das wird ja auch als Vergrößerung meines Gegenstands bezeichnet. Okay, also man sieht hier, dass wir ein Bild haben, ein reelles, ja, weil ich vor meiner, vor meinem Spiegel dieses Bild habe. Und das kann ich auffangen mit einem Schirm. Ich kann ja hier einen Schirm hinhalten und dann kann ich das Bild hier auf dem Schirm betrachten. Anders wie hier. Wenn hier das Bild wäre, dann hätte ich ja ein virtuelles Bild. Ja, das kann ich ja nicht mit einem Schirm auffangen. So, aber was jetzt viel wichtiger ist, rutsche ich mit dem Gegenstand hier, ja, mit diesem Gegenstand näher zu diesem Mittelpunkt. Also rutsche ich mit dem Gegenstand näher zu dem Mittelpunkt. Was passiert dann? Ja, dann können wir uns nur mal die Gleichung anschauen, ja. Also mein Bild, das ist ja praktisch die Größe von dem Pfeil repräsentiert, ist ja, also die Gleichung auflösen. G mal, so minus B durch G. So, und wenn G, diese Gegenstandsweite, das ist ja gerade dieser Abstand hier, wenn die kleiner wird, ja, dann sehen wir, der komplette Nenner wird dann größer. Entschuldigung, der komplette Bruch wird dann größer, weil der Nenner kleiner wird. Ja, dann wird aber insgesamt, ja, dieses Bild größer. Ja, umso näher ich rangehe, ja, mit meinem Gegenstand, umso größer wird mein Bild. Okay, kann man direkt hier rauslesen. So, ähm, was passiert, wenn ich mit G zwischen F und dieser Ebene liege, die ich hier an meinem Spiegel tangieren lassen kann, hier diese Ebene. Ja, dann habe ich ja wieder meinen Mittelpunkt, die Hälfte davon, da ist die Brennweide und jetzt liege ich mit G hier, ja, in dem Bereich. Was passiert dann? Dann kriege ich plötzlich ein virtuelles Bild, weil mit denselben Überlegungen kann ich jetzt mein Bild konstruieren, ja. Ich bleibe bei den Farben, die ich hier verwendet habe. Also ich kann durch F meinen Strahl legen und der muss dann parallel zu meiner optischen Achse verlaufen. Ja, gut, dann verlängere ich den nach hinten, ich bin in diesen virtuellen Bereichen. Okay, dann habe ich einen blauen Strahl, den ich hier noch einzeichnen kann. Ja, okay, und der geht ja von diesem Gegenstand weg und wird reflektiert wieder zu diesem Mittelpunkt, ja. Aber nach hinten muss ich den verlängern und habe hier den Schnittpunkt. Also reichen Grün und Blau zu dem Zeitpunkt schon aus, um das Bild hier zu erzeugen, nämlich hier. Und was sehen wir? G ist kleiner als B. Also das wirkt vergrößernd hier. Und wenn wir jetzt eine bestimmte Konvention noch festlegen, wenn wir sagen, ja G ist dann größer 0, falls Groß-G auf Seite, wo Licht ausgeht, steht. Und B größer 0, falls B, ja das dauert zu lang, sage ich mündlich, dieses B, also diese Bildweide, die ich hier zuordnen kann, ja, diese Bildweide, dieses B ist dann größer 0, falls dieses B auf der Seite ist, wo das Licht reflektiert wird. Wenn es auf der anderen Seite ist, wie hier, ja, also hier wird ja das Licht reflektiert, aber da steht ja mein B nicht, dann ist B negativ, ja. Also wenn dieses B auf der Seite ist, wo das Licht nicht reflektiert ist, also hier, ja, dann ist B negativ. Ja, und das kann man auf F übertragen. Die Brennweide ist dann größer 0, falls der Spiegel konkav ist, ne. Also so wie hier, dieser Hohlspiegel. Bei diesem Konvexspiegel ist es anders. Zu dem kommen wir mal gleich, ähm, ja genau, machen wir den auch noch. Ähm, dieser Hohlspiegel hier, der wird ja auch von Zahnärzten sozusagen verwendet, ja. Die haben ja solche Spiegel hier. Wenn Sie schauen, ob Schäden bei den Zähnen vorliegen, dann brauchen die ja so einen Effekt. Wenn das mein Zahn ist, dann wäre es ja schön, wenn ich den Zahn vergrößert sehen könnte, wenn ich hier mit dem Spiegel in den Mundbereich eindringe, ja. Genau das wollen ja diese Zahnärzte dann auch sehen, ja. Ein vergrößertes Bild. Das kann man aber auch zum Rasieren benutzen, solche Spiegel, ja. Also um diese Bartstoppeln dann relativ groß zu sehen, ob die Rasur dann sauber genug ist für den Wochenendspaziergang oder auch nicht. Gut. Also, wir haben dann einen sogenannten Konvexspiegel noch zu betrachten. Da muss ja dann aus den Überlegungen, von den Überlegungen her, f kleiner als 0 sein, also negativ. Weil ja das gilt, f ist r halbe. Das darf man nicht vergessen. Und r liegt jetzt in diesem Bereich, wo diese virtuellen Bilder entstehen, ja. Wenn ich jetzt hier meine optische Achse wieder herzeige und jetzt diesen Spiegel, also anders wie der, ja. Ein Konvexspiegel. Das ist ein Konvexspiegel. Ja, okay. Und dann kann ich ja hier auch einen Mittelpunkt zuordnen und dann die Hälfte davon ist meine Brennweide, ja. Jetzt sieht man aber, ich bin in dem Bereich, wo beim Konkavspiegel diese virtuellen Bilder entstehen, ja. Also R, dieser Abstand R, ist negativ zu zählen hier oben. Dann wird auch f negativ. So, aber jetzt schauen wir mal. Wenn hier dieser Gegenstand steht, dann kann ich mit den selben Überlegungen, ich mache es jetzt nicht mehr farbig, hier dieses Bild erzeugen, ja. Jetzt bin ich in dem Bereich, ich muss durch F, ja, Pi mal Daumen, und jetzt gehe ich mit dem anderen Strahl durch M, ja. Okay. Also hier treffe ich auf den Spiegel auf. Der Lichtstrahl wird ja wieder reflektiert, aber ich gehe hier, verlängere das Ganze und gehe durch M. Dann habe ich hier diesen Schnitt. Okay. Dann sehe ich schon hier an der Stelle, dass dieses Bild kleiner ist als mein Originalgegenstand. Also dieser Spiegel hier, der wirkt verkleinernd, ja. Also der ist nützlich für Überwachungen von Räumen, ja. Man sieht es auch oft in Läden, da ist oben so ein Spiegel, ja. Die Person, die hier, also Ladenbesitzer, braucht hier nur reinschauen und sieht dann ein Abbild von dem Raum. Also hier ist sozusagen der komplette Raum abgebildet und das ist gerade deshalb so, weil der Spiegel so fungiert. Das ist ein Konvexspiegel, der, ja, schrumpft das Originalbild sozusagen. In dem Spiegel ist dann dieser ganze Laden sozusagen zu sehen, ja. Also solche Spiegel sind dann gut zur Überwachung geeignet. Ja, was kann man noch sagen? Das war es jetzt eigentlich an der Stelle. Ja, im externen Video machen wir mal diesen Ebenenspiegel. Okay, und das war es mal zu diesen, ja, sphärischen Spiegeln.